Let's Play Fallout Und zwar da Und wir wollen die Middletmen nahe der Burg treffen Und die Burg dann zurückerobern Das ist der Plan Und ich hoffe, der geht auch auf Ich muss hier nur so ein bisschen aufpassen Dass ich hier nicht auf irgendwelche bösen Raiders stoße Oder ich was verpasse, was ich eigentlich nicht verpassen wollen würde Vielleicht kann man da was machen Es ist ja ein Rollenspiel, deswegen seht ihr es mir nach Aber ich will weiterhin auch noch ein bisschen was erforschen dürfen Das heißt, ich werde auch solche Treppen selten bis nie auslassen Weil vielleicht findet man da was richtig Cooles Das wäre zumindest mein Wunsch Und das ist ja schon mal Nein Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon mal so gemacht, dass man hier ja hoch soll Muss, tun Komme ich jetzt raus? Ne, so komme ich jetzt nicht mehr raus Ja, ist ja gut So, also nochmal hoch Wir probieren es einfach so lange, bis es funktioniert Weil wir wisst ihr, so eine Folge dauert 30 Minuten in etwa Von dem her habe ich ja noch ein bisschen Zeit Ich habe auch die Spielmusik wieder ein bisschen lauter gedreht Weil da war in den Kommentaren, dass die Wo? Dass die Lautstärke Wo was? Ich bin Ich bin gerade sowas von extrem erschrocken So erschrocken Das war jetzt aber unglaublich fies Boah Mach doch sowas nicht mit mir Man hat es glaube ich nicht gemerkt, dass ich erschrocken bin Und die Maus verzogen habe Ich glaube, das ist nicht aufgefallen Ich glaube, ich sollte mich mal langsam wieder so ein bisschen um meine HP kümmern Und dementsprechend schauen wir was, was viel TP bringt Außer vielleicht jetzt unbedingt Eins Oder wie viel Stimpack habe ich denn noch? Na ja, gut, bei 15 Kann ich da auch die zweimal nehmen Und mich mal wieder gesund spritzen Alter Schwede Ihr seid es aber auch drauf Explodierst du noch? Das war eine schöne Oh, eine Mini-Atombombe Eine schöne Explosion Da hier ist ein bisschen Radioaktivität da Schraubenzier brauche ich nicht Ist die Radioaktivität hier Und Korken nehme ich mit Hm, ob ich da jetzt rein soll? Ich glaube, das lasse ich nochmal Da jetzt rein Trinkt mich wahrscheinlich nicht wirklich vorwärts Außer in Noch Schwulitäten Und die Radioaktivität hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen Also gehen wir weiter Durch die nicht wirklich menschenbesiedelte Welt Ah, es schaut schon ein bisschen Gespenstisch aus Splittergranate Molotows Das ist doch alles, was ich gerne mitnehme Oh, wie gern ich mit dem Ding da fahren würde So ein bisschen GTA-Style wäre ab und an schon sehr lässig Ich weiß, da bin ich im Falschen Universum So Ich glaube, ich habe da Eine Raiderhöhle gefunden, die ich vielleicht gar nicht Finden wollte Aber Wenn wir schon mal da sind, würde ich sagen Schauen wir es uns doch mal genauer an Weil warum denn auch nicht Vielleicht gibt es da ja was Nettes Zumindest ist es sehr einladend Komm schon Ja, es hat das Spiel jetzt Gott sei Dank ein bisschen Problem damit Mich hier auf die Schippe zu nehmen Aber Alles für mich kein Problem Hui, Kopf weg Irgendwas tolles? Ne Ja Die Pistole brauche ich nicht Live verkleidet Ja, vielleicht ist sowas nicht verkehrt Aber ich bin wieder zu schwer Müsst denn hier einfach meinen Wo ist der kleine Wichser hin? So, bevor ich da Jetzt lege ich die eine Kleidung Vielleicht mal an Da man sieht Die ist schon Aber sie bringt halt nur Ja Die Resistenzen halt nach oben Aber sonst halt nix Und das hatte ich gerade an Achso, ne Das hat Okay Das ist alles Minus Das heißt dann ist es doch ein guter Tausch Weil ich muss da Raider rüstern Und ich hab die an Da hab ich halt AP Die fehlen mir Das find ich so ein bisschen schade Dass man das nicht sieht Was man verliert Weil nur die Resistenzen Aber dass ich sowas wie AP verliere Oder sowas Das wäre natürlich eine schöne Randnotiz Aber Soll wohl nicht sein Dass man das so gezeigt bekommt So, wo ist er? Nichts mehr zu sehen von Ihnen Das bekämpft mir nicht Hey, hey Lass uns was essen Wir werden verhungern Komm schon her, du Mixer Ja Flasche mit Rostschutzmittel Wie oft brauche ich denn das? Hundehalspanz Die müssen auch da sein Die müssen auch da irgendwo sein Boah Nein Nein Und ich bin so erschrocken Warum habe ich denn hier mein Ding nicht da Warum kommt er denn nicht nach? Da hätte er mich warnen können Oh Gott Ich hab so Gänsehaut Und jetzt stell dir mal vor Ich schau mir einen Horrorfilm an Ne, ne, ne Du Das ist nicht meins Ich glaub Ich weiß auch nicht Da oben gab es jetzt nicht so viel Gefühlt hab ich nur mehr Munition gebraucht Als irgendwas Sinnvolles Deswegen lassen wir das da einfach auch aus Oh ne Auf euch hab ich jetzt genauso wenig Bock Hey Hier drüben Komm doch jetzt einfach mal nach Also das ist eigentlich schon ein dummer Also die KI der Dieser Begleiter Ist nicht wirklich sehr toll Da ist er ja endlich Ich könnte dir mal Wieder Mal ein bisschen was zustecken Besonders hier So ein paar Waffen Die ich nicht mehr brauche Nein Ich drücke mal das Falsche Mach ich da Der Treibstoff Den brauche ich doch jetzt gerade nicht Das Hirschle Daut für Pfeu auch nicht Und den Raketenwerfer Den brauche ich bestimmt gerade auch nicht So Jetzt können wir wieder ein bisschen marschieren So Da ist eine Bombe Als ob ich es alles schon mal Wo ist die eigentlich Muss doch da irgendwo dran sein Oder war das Ist das Zufall gewesen Auf jeden Fall ist jetzt keiner mehr Okay Auch spannend Grundkorken nehme ich mit Das war die Die ich oben schon besucht hatte Ja die lasse ich jetzt auch mal stehen So Da ging es dann zu den anderen Dann gehen wir hier mal weiter Ne Radiosignal Da wich ja leider nicht Boston Public Garden Oh oh Radioaktivität Ach noch mehr Radioaktivität Hab ich gefunden Sehr gut Na Hallo Ja Ja Das schaut nach einem schönen Turm aus Drive in, fly out Ja Mach mal doch Na Das ist ein verbesserte Save Sonst hätte ich den gleich mal geknackt Das schaut so aus Als ob das irgendwie mal Explodiert Wäre Naja Nett Nett Na Du liegst schon ein paar Tage hier rum Das soll wohl auch abschrecken Das soll wohl auch abschrecken So Hast du den anderen erledigt Kotzi So Jetzt kann ich hier Jetzt nehme ich mal lieber Stimpack Dass ich mich wieder so mal ein bisschen wohler fühle Also von wohler fühlen kann ich hier echt so gar nicht sprechen Er hat absolut recht Ach Gott ey Geh doch auf meinen Kotzwirt Ach Gott Okay Ich geh da auch nicht rein Vielleicht sollte ich da mal mit der Leuchtpistole arbeiten Aber ich will eigentlich die Leuchtpistole Das ist so gefühlt Was ich hier nicht Du weißt Das Spiel steht ja in Griechenschloss Dass dein Gegner nachsicht Mit dem Wenn ich meine Waffe wegpacke Ja genau Ich nehme doch meine Waffe runter Und sage dann Hey 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 War noch ein Spaß Chillax mal ein bisschen So ein Unsinn Ich glaube auch Dass die Stadt hier allgemein schon sehr sehr gefährlich ist Wo ich mich da aufhalte Weil irgendwie gefühlt ja jeder hier seine Heimatbasis hat Deswegen werde ich jetzt mal Jetzt probiere ich es nochmal anders Da liegt schon wieder übrigens so Köpfe Aber da habe ich vorher meinen Raketwerfer bekommen Diesmal werde ich außen entlang gehen Dass ich möglichst Wenigen Leuten über den Weg laufe Besonders so super Mutanten Die auch noch Scharfschützen Skills haben Weil darauf habe ich nicht nochmal Lust Da das kann man doch schon Super Mutanten Scharfschützen Absolut nachvollziehbar So Bei dem kleinsten Anzeichen von Von dieser Festung Drehe ich um Mal schauen wann sie wieder kommen Aha Ne das ist mir Warte mal Ich muss mal auf die Karte gucken Wenn ich da außen rum will Alles klar Alter ihr könnt mich so hart am Arsch lecken So So jetzt nehme ich nochmal Zwei Stim Packs Jetzt bin ich auf Krawall gebürstet Jetzt kenne ich noch keinen Spaß mehr So Jetzt sollte es aber gleich mal Umfallen Da ist es auch schon endlich passiert Das war damals Feuer Ich habe kurz aber scheint es nicht gut zu gehen Dann geht es ihm wieder gut Naja Das wurde dann also ich hier Wenig Lust gerade auf euch habe Zwei sind schon tot Lass Lass mir Gar keine Ruhe so doofe Sprüche So Aber wenigstens Kann ich sagen Ich habe mich hier jetzt Dem Kampf gestellt Wo muss ich denn hin Muss da runter Das kann ich auch noch anders machen Also hier in der Stadt ist echt viel los Kann man sagen was man will Aber da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig Wenn man mal ein bisschen ballern will Und das ganze Sucht Nein, 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 nein Ist das jetzt dein Ernst? Der ist aber auch Die sind aber auch alle so Der ist auch so Überanstrengend Na gut Probieren wir es einfach mal aus Was soll schon passieren Als ob ich sterbe? Niemals Aber ich würde gerne etwas haben Wo ich ein bisschen Ne, die brauche ich wahrscheinlich noch Wo ich ein bisschen genauer schieße Dann ist doch das ganz gut Das Jagdgewehr Die Lasermuskete Oh, ne 10mm Automatikpistole Wenn ich jetzt hier ab und an Ein bisschen mehr Ding hätte Wäre es ganz gut So Einen nach dem anderen Wir machen jetzt ganz taktisch Oh Gott So viel zu taktisch Ich will Ich will Ich will Ich will Weglaufen Nein, doch die eigene Granate Ich dachte, die wäre weit weggeflogen Und ja, ich habe hochge... Ach Gott Was ist das für eine Folge? Die Fail-Folge Ich glaube, ich nenne sie Die How-to-Fail Ist das ärgerlich? Also Ne, da ist... Also Einfach doof So Da ist einfach mal eine Granate Ne, die war Nichts, die war besser Die ist gut geflogen So, Granate nochmal eins Jetzt Jetzt bin ich auf Im Beast-Mode Ganz klar Jetzt habe ich keine Lust mehr Aber jetzt ist hier Wenigstens kann ich jetzt hier was sehen In der Stadt Nach dem fünften Ladeversuch So, da drüben waren die Hanseln Was ist da? Ne, Coca-Cola brauche ich jetzt keine Ich glaube, da bin ich rein Jetzt gehe ich mal da lang Ich will jetzt die nicht Ah, wieder angreifen Weil ich will Was ist denn da? Bist du mein Kotzenwölf? Ne, Mr. Handy Was war denn das da? Ich glaube, der ist mal gar nicht cool drauf Den lasse ich aber sowas von da links liegen Wow, wow, wow So, da Ist die Raiderfestung Da, wo ich gerade schon war Aber ich habe so das Gefühl Ich werde eh noch gleich An dieser Burg so viel ballern Dass ich eigentlich so ein paar Sachen Aus dem Weg gehen will Aber wie gesagt Die Stadt hier ist natürlich auch Sehr, 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 sehr gefährlich Wie man jetzt mehrmals gesehen hat So, nochmal Oh, ne Ne, ne, gar keiner da So Kotzenwölf, komm, wir gehen Wir wollen nicht mehr Ich glaube, die Kuh lässt uns in Ruhe Solange sie nicht in die Ecke getrieben wird Und ich habe gar keine Lust Jetzt in die Ecke zu treiben Lass mich bloß in Ruhe Lass mich bloß in Ruhe Ich bin leicht angespannt Gebe ich ganz ehrlich zu Ich stehe leicht unter Strom Um es so zu sagen So, wo muss ich hin? Die Straße runter So viel zur Straße, oder? Also hier rein Und da dann so ein bisschen entlang Möglichst am Randbezirk aufhalten Und auch nicht ins Wasser Oh Gott, oh Gott, oh Gott Also ich glaube, so ganz ohne Ballern Geht's einfach nicht Kurz war Hier geht's ab Mach doch dann auch was Sag doch nicht nur Überlassen sie den mir Sondern Du machst halt auch gar nichts Ich habe den schlechtesten Begleiter der Welt Jetzt scheint er mal Kann doch ohne Bein auch weiterlaufen Ey, ich habe jetzt wirklich Wo ich die Minie gesehen habe Wo ich es realisiert habe Bin ich wirklich umgedreht Und bin weggelaufen Aber Das ist ein absolutes Fail-Video Also das geht in die Annalen Von Fallout Fail ein Alter Verwalter Ne, da war ja das Ding Aber ich kenne langsam die Stadt auswendig Das ist ja schon mal ein Vorteil So, da bin ich auch nicht lang So, dann kommen jetzt da die beiden Da nehme ich hier meine So, beide tot Hey, da gibt's Grundkorken Und hey, da gibt's Munition Und hey, nochmal Munition So, perfekt Alles klar, weiter Oh, da sind Gegner Da gehe ich nicht lang Lass doch da mal in die Straße Nein, da ist das Areal Da, glaube ich, habe ich auch wenig Lust Da gehe ich auch nicht lang Lass uns hier weitergehen Äh, da in die Seitenstraße Da war ich noch nicht Oh, da kotzt man Oh, der schaut aber bis aus Den lass ich auch mal sagen Weiter, 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 weiter Ja, ne, da ist so eine Raiderfestung Auf die habe ich jetzt gar keine Lust Da gehe ich auch nicht lang Ich gehe mal da lang Schön außenrum, ihr wisst ja Das ist ja das Einfachste Also, jetzt habt ihr ja schon Die eine oder andere Folge gesehen Aber so viel Unsinn, was mir passiert In einer Folge Das ist schon Schon besonders Schlecht Ja Zeig noch, wo kriege ich denn den Hälter Der Hälter Hast du den hier halt drin? Du hast hier gar kein Wasser Du verarscht mich Kleiner Verarscher Ne, ich lass dich Ich renne Ich renne fort Jetzt aufs Boot Und einfach da rüber fahren Das wäre so schön Und wenn hier das schon so anstrengend ist Wie wird dann erst die Burg? Alter Verwalter Ich glaube da vorne speichere ich Dann gleich und danach Und dann wird hier auch die Folge beendet Genau So machen wir das jetzt Wir beenden hier die Folge An dieser Stelle Vielen Dank fürs Fail Video Zuschauen Ich hoffe die nächste Folge wird besser Ich mache auch wirklich absolut hier direkt weiter Das heißt ihr seht In der nächsten Folge sofort wie es weiter geht Ob ich weiterhin so hart fail Oder ob es besser wird Bis dahin Euer Alkaramba Bis dahin